Ja, du bugst raus. Ich glaube, du hast mich abgeworfen. Ja, du bugst raus, du hast gegen die Wand. Leute, der Quetzler ist grad zu unserer Höhle. Wir sind in der Höhle gerade. Wir sind gerade in der Höhle. Achso, wir sind in der Höhle. Okay, dann sind wir noch da. Hast du dich festgenommen, Anti? Lieg rein. Einer ist da drinnen. Wow, ich hab den Quetzflügel gesehen. Er schläft noch, noch schläft er. Wir lassen uns die Quetzler erstmal hier lassen. Der kann sich auf jeden Fall nicht selber umbringen. Es sei denn, der hat... irgendwer hat den... Wir können uns mit unserem Recht... Der Tod ist der Tod. Wir könnten uns jetzt mit unserem Recht... Okay, okay. Der Quetzl von denen ist weg. Ihr könnt jetzt... Der Quetzl von denen ist weg. Warte. 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 Der ist hinterher am Wasser. Mach noch mehr Dinger. Okay, wir fliegen wieder. Wir fliegen. Chill. So viele Leute haben. Ich mach aber gleich. Jeder soll einer rein. Ja, warte. Ich muss... Lass mich kurz auf den Brunnen raus. Lass mich hoch. Boah, die haben noch einen Quetzl geholt. Da haben wir zwei Quetzls hier wieder. Ja, das ist halt den hier. Das ist halt den hier Fehler. Wenn die immer mit... Immer mehr kommen. Holt einfach mehr Moniz... Antti, was brauchst du für Handcuts? 600 Schuss. Oh, die haben PvP Quetzls. Richtig schnell. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herstelle. Hat der Gans drauf bekommen? Nein, 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 nein. Muss irgendwer von euch herstellen. Ja, wir haben noch 28 Schuss hier. Wo muss man die denn bauen? Oh, der Quetzl ist gleich in der Base drin. Oh fuck. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Geh mal eben holen. Hier die äh... Achso, jetzt holen den Gans, oder? Doch, hier sind die Gans. Legged. Wie würde? Hier die Gans runterholen. Ich kann nicht aussteigen. Ich hab mal was. Ist legged. Oh lol. Muka, du stirbst. Nee, nee, ich stirb nicht. Das war nur ein Leck. Ja, jetzt. Ihr müsst unbedingt den Quetzl holen. Ihr müsst unbedingt den Quetzl holen. Wir sind jetzt wieder dabei. Wir laden auch nicht. Ja, wir holen gerade die Munition. Oh! Oh! Ich bin dann runter. Du kannst den Quetzl wieder abholen. Hier oben an der Base. Ja, ich bin tot. Oh, wer fliegt denn da von euch da rein? Ich werde reingeschossen. Weil unser Quetzl ist halt nicht da. Ich weiß nicht, wo ihr mit dem Quetzl seid. Ich hab gesagt, wir müssen Munition holen. Oh, Muka, du hast deine guten Sachen verloren. Scheiße. Egal, wir hängst alle los. Wir sind nicht alle drin. Wir haben gesagt, dass wir Munition holen müssen. Komm mal mit dem Donzo dann. Oder ich nehm den Donzo. Oh, oh, ich bin runter. Komm mal runter. Komm mal runter. Okay, ich hab deinen Arzahn. Ich nehm, ich nehm die Assault Rifle. Nein, jetzt war runter. Die greifen wir aber echt nur von der einen Seite an. Nein, ich war ein bisschen zu offensiv. Weil ich war alleine nur noch da. Aber ich hätte auch weggehen sollen. Ach, Muckmuck fliegt hier. Hi, Muckmuck. Danny, du bleibst bei den Gefängnissen, ja? Warte mal eben, warte mal eben. Warte mal eben, warte mal eben. Der schläft immer noch. Was ist los mit ihm? Der hat sich glaube ich ausgelobt oder so. Ja, ist ja egal. Solang der da bleibt, ist alles in Ordnung. Die dürfen halt die Leute nicht befreien. Kannst du ein paar Gefängnisse mehr machen? Wir haben dann noch die Affen. Ja, das kommt gut geil. Nein, nein, der liegt nur. Der liegt nur. Der ist verarschend. Was ist das? Der liegt nur. Der liegt nur. Anti, der liegt. Der liegt nur. 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 Ich bleib ihn, warte. Er droht ihn. Ja, ich komm. Der liegt nur da hin und Anti macht den Käfig auch. Die Gang ist halt wirklich buggy, wa? Wo is der Typ? Unser eine Gang ist verbugged Jungs. Ich bring die Munition eines der einen zum Dingens. Bring die zu mir. Guttgeier Achtung! Hier wurde ... Hier ist alles gar nichts drin. Ja, ich hab' gesagt Guttgeier Achtung! Hab' ich ihn? Habe ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn! Ja okay, ich hol' ihn. Beziehungsweise, nehmt ihn mit Digga, Anti, mach das nicht mehr, das ist voll Idiot Ich hab doch gesagt, der liegt da, hör doch zu Ja, der liegt da, hab ich gesagt, dass der Waffe ist Ja, ich mach, er wollte verarschen Boah, komm, ich bin runtergepackt Boxt sie noch mal, noch mal mal Okay, ich nehme zu mich, die labern mir grad ein bisschen zu viel So kann ich denn die Flakrüstung bauen, Alter, das gibst du nicht Ach so, den normalen Schwierer Wir klicken uns einmal neu in der Gamer dann nochmal hin So, Leute, habt ihr euch wieder berühmt oder soll ich mich nochmal müde? Ja Okay, dankeschön Nee, aber Anti Okay Okay Was ist los? Anti hat, äh Der hat sich dahin ge... Oh, da kommt der Bronto Ist jetzt okay Warte kurz zu dem Bronto, warte kurz zu dem Bronto Kommt der Bronto? Da kommt der Bronto Soll ich da noch einen Punkt nehmen? Weil ich noch mal die Schildkirche holen Ja, nimm doch mit dem Bronto, kurz zu dem Bronto, bitte Da kommt der Bronto, kurz zu dem Bronto, kurz zu dem Bronto, bitte Ich muss die Munizurreizung machen Ich muss die Munizurreizung machen Ich geh hoch, hab die Gun, holst der Bronto Steht hier hinten, äh, noch vor der Base beim Brandstein Die Gun hat, glaub ich, keine Munizurreizung aufgeladen Die Gun hat, glaub ich, keine Munizurreizung aufgeladen Ich mach, ich mach grad rein, ja Die eine Gun beim Press ist verdammt, die schießt die ganze Zeit rum Wir brauchen Head-Cuts, könnt einer von euch Head-Cuts machen Ich... Ich bin da, ich geh da hoch, was? Ja, wir gucken, dass wir die jetzt ausmerzen Ja, okay, ich bin ready um die Turtles zu drogen Nice Den Bronto haben wir auch auf dem Weg Wagen, soll ich bei dir mitfliegen? Denne, die eine Gun ist verpackt, bringt nichts Und das ist bloß jetzt Warte, ähm, good guy, bist du auf der Gun? Und einfach alles, was ich grab... Raphael? Ähm, ich bring alles... Bist du schon auf der Gun? Ähm, Antti, wo bist du? Jens, ja Ich bin... Kann jemand sich auf Bronzo draufsetzen, dass er Bronzo reitet? Du kannst nicht gehobt werden Ich bring dir Leute her, okay Was bringst du mir? Ich bring dir Leute her, die du an Cutschest da und... Da ist ein Quetzel! Bei uns Okay, Quetzel, holen wir uns Wo ist unser Kampfbronto? Ey, unser Bronto Ich bin da gleich Bronto rast mal nicht so auf Ja, wo bist du denn? Ich würde das gerne sehen Ist bei der... Ist vor der Base gerade Bei uns bei der Base? Du hättest dich... Du hättest von hinten bekommen sollen Ja, warte ich... Ich steuer... Ich steuer du den solange Du hast hier automatisch Geschütze alles drauf Jungs, bewegt den Bronto Ihr könnt easy geguckt werden Da hat sich einfach jemand auf den Bronto drauf Und dann... Dann die geguckt werden kann man nicht Trinkt nichts Der Quetzel ist so schnell Wo ist denn... Ah, da ist der Bronto Versuch mal von der Seite zu kommen Versuch mal von der Seite zu kommen Versuch mal von der Seite zu kommen Ja, ich bin halt mega schnell unterwegs Ah, guck mal Er schreibt Someone used Turrets on Quetz Schreibt er Ich denke wir haben Auto Turrets auf dem Quetzel Ja, sehe ich auch so Sorry, dass ich so gut schieße Wow, 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 wow Dann... Warte ich mit dem Bronto da auf den Weg hin Gut, geil, läuft Du mit dem Bronto? Ja, ja, ich wollte da... Na, kannst du reiten? Äh, Dani, kannst du den Bronto reiten? Dann zieh ich deinen Vogel weg Ja, einer muss bei den Käfigen aufpassen, Mann Was macht Anti denn hier? Die Frage ist... Auf was schießt er? Ja, der wartet auf die Turtle Also der kann... Ich warte um die Turtle zu blocken Anti, du musst die Leute an kein Schuss hauen Irgendjemand muss dich auf den Bronto setzen Dann wird er den Bronto reiten Ja, warte, dann mach ich das, dann mach ich das Okay, weil dein good guy geht an die Gun Ja, ich selbst kann die Gun, oder? Ja, ja, genau Gut guy geht an die Gun Ja, genau Muck rennt hier Bronto Und dann gehen wir nochmal rein Ach Muckag, will schießen? Dann mach dich bereit die Turtle zu droppen Ja, ich hab jetzt unser Twike gegrabt Good Job Warum steht da unser Twike plötzlich in der Turtle drin? Nice Wir gehen von links aus Wir greifen von links aus an Ach du willst die Turtle rein? Alles klar, rein Los geht's Auf geht's Offensive Start Wenn er mich graben will, springen einfach raus aus der Ganz Er kann nicht graben Er wird instant geslowed Er wird instant geslowed Ach stimmt, ja, ja Stimmt Ihr macht die Ganz Ich hau da einen Raketenwerp für Dings rein Ich, ich, ich bleib einfach bei euch Solange ich bei euch bin Kann der mich auch nicht gehen Hassan, 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 Hassan Wir tanken Energie Moment Stell ich mal eben hin und dann, äh Auch eben Stamina stammeln Anti, drop einfach den Schiff Pass auf die Leute auf Dann fliegt sofort weg mit dem Quetz Bis der Farmer quetz ist Der ganz rechts ist einer, dass wir den nicht aufmachen Nicht aufmachen Ey, Leute hört mir mal zu Jetzt fliegt mal mit dem Kampfquetzel von der anderen Seite Ja, okay Damit ihr die abfangen könnt, wenn die fliehen wollen Jo Auf den Kampfquetz müssten, dürfen da Pflanzen auf? Ne, ne? Äh, nein, keine Pflanzen Problem ist, die werden mich halt snipen, das kennen sie Die sehen dich, die sehen euch, die sehen euch Ja, ja Deswegen, die werden jetzt fliehen, ihr müsst, ihr müsst die abfangen So Der Rex kommt, der Rex kommt, ne Du kannst schließen eigentlich nicht Da, da ist der Quetz, oder? Da ist der Quetz Ab wann darf ich rein droppen? Rechts ist der Quetz Links, links, links Links ist der Quetz Ja, ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh Okay, Achtung Und halt drauf, halt drauf und jetzt Und dann hol gleich die zweite Schildküffe Und gedroppen Reingedroppt Ich flieg raus Okay, bringt sie nix, wenn ich weiter schiebe Was? Die fliehst du weit weg? Ja, ich wurde aber schon angeballert Ich musste droppen Ich hab nur Half-Life Was machst du, Anti? Ich werd' beschossen Der ist schon halb tot Hier, der Quetz mit uns Das Ding Über uns Über uns Ihr, ihr müsst den Quetz, ihr müsst die beiden Quetz holen Mit dem Kampfquetz Pass auf, der Quetz, passt auf über euch Der will euch Ja, wir sind noch in der Nähe von unseren Touristen Ja, gut Muss gleich, du musst ballern, baller auf den Rex Ja, warte, wer ist welcher? Der Weckerquetz ist unserer Ja, baller auf den Rex Unser Quetz ist der mit den Gans Oh, hasst ihn, hasst ihn Habe ich, oder? Einer ist tot, ja Ich seh nix, ich seh nix, ne Leute Die Frage ist, schießen die auf die Turtle, ist die Frage Die Turrets Habe ich die gar nix Ich seh auch nix Da ist einer mit der, äh, Bazooka Achtung, Achtung, Pass auf, die schießen auf euch Eine Raketekunktion Tach Ah, doch, ich hab noch Munizien, das hat nur geleckt B nicht mehr Der hat noch keinen Schaden bekommen Die Garn ist weg, weg hier, die Garn ist weg Die Garn ist weg? Ja, die haben sie weggespringt Wir tot, wir tot Mein Adler ist tot Versteck mich hinterm Haus Ja, ja Das war halt richtig dumm, was habt ihr Wir holen halt den einen Quetzis grade Warte bevor du schießt Hol noch die zweite Schildklet Dann fliegt bitte hoch genug, dass wir die Die Turtle, die sitzt drinnen, die Turtle sitzt drinnen Okay Ihr braucht Bazookas und so, wer auch immer Bazookas auf die schießt, braucht ihr nicht machen, die haben da Turrets Da kommen noch Raketenschüsse Bleib mal so stehen jetzt, wie du stehst Geh die andere Turtle holen Ich seh halt nix, ne, es ist mega fucking dumm Quetz tot, wir haben einen Quetz Wir haben einen Quetz Wir haben einen Quetz Wir haben dann beide Ja, das Problem war, wer hat die Turtle so scheiße gedroppt? Ich konnte die nicht Ist doch egal, ihr chillt man, sonst switch ich euch aus dem Channel, fertig man Sani halt wieder im Flame Ja, ist halt so Oh nein Wir haben keinen Quetzel mehr jetzt Keinen einzigen mehr Alter, ihr lauft da nochmal ran Ich hab noch genug Life Der ist noch komplett full Okay, wir gehen auch rein Wir gehen auch rein Der Rex, wir gehen auch rein Der Rex, wir gehen auch rein Go, 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 go Hau drauf auf die T-Rexe Auf die T-Rexe Ja, mach ich Die Turtle ist auch drinnen, ne? Oh, die schießt auf die T-Rexe Holy shit Rax, Rax, Rax Ab die Raxe Oh, der Rex kriegt richtig Man sieht kaum was, Alter Das ist mega dunkel Ich lauf dem Hinterher Ich lauf dem Hinterher Ja, der Rex Der kriegt richtig Okay, jetzt werden wir vom Falle Ich bin ganz auf dem Quetzel Die schießen, äh, äh Oh, fuck, ich wurde hart getroffen Und dann Turtles Ach so Warum schießen die Turtles noch auf euch? Ich hab die Turtle direkt daneben gedorben Weil die auf Player eingestellt ist, wahrscheinlich Wer ist tot? Die ist auf Player ohne Oh, der bekommt so viel Versuch den einen Rex wegzuschmeißen Die wollen abhauen, die wollen abhauen, die wollen abhauen Ja, natürlich wollen die abhauen Ja, natürlich wollen die abhauen Lass ihn nicht abhauen Da läuft einer, da läuft einer, Achtung Die laufen mit Granaten, die werfen Granaten auf euch Oh, Gott Oh, 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 oh Ja, die Geschütze, die machen das schon Alles easy Der Bronto ist eigentlich komplett safe Ich könnte schneiden, aber der darf sich nicht zu viel bewegen Ja, das ist nicht so einfach Kannst jetzt, ich tanke Energie Ich sehe halt nichts Die haben noch einen T-Rex Wir lassen den auf keinen Fall weg Hab einen getötet, Level 100 Hab einen getötet Ich habe eine Frage Wie konnten die das Dingens kaputt machen? Oben das Standgeschütz drauf Boah, die kommen, die kommen, die kommen Die kommen, die kommen Die haben aber auf Onlyplayer eingestellt Ihr habt da Turrets draufstehen, mate Wo ist jetzt unser Kampfquetzel? Der mit den Turrets Wir sind drauf Wir halten auf die Rechse Okay Da oben ist ein Rex von euch Wir haben gleich keine Muni mehr Oh, ich sehe nichts wegen den Bäumen Naja Ihr haltet, ihr schießt ja noch Einer hat einen Mega-Heads, das kassiert, Mann Ein Rex ist ripped, oder? Ein Rex ist ripped, ne? Ne Ja doch, einer ist Einer ist, glaub ich, draufgegangen Ne, die leben noch, die leben noch Ja, die healen die hoch währenddessen Wir müssen jetzt irgendwie das Haus da zerstören Da kommt ein Typ auf mich zu Ich habe keine Muni mehr Dafür brauchen wir die Schildkröte Ja, die eine sitzt drinnen Ich habe keine Ahnung, warum die die nicht vorküssen Die andere kommt gerade auch Dann hol die zweite jetzt Muss halt hoch genug fliegen, dass ich nicht abgeschossen hätte Sonst gehe ich down Ne, das ist... Das hätte aber die auch bei der ersten schon auffallen sollen Ja, fein Der Kampfquetz hat keine Muni mehr Hab einen, hab einen, hab einen Einer tot mit dem Bazooka Versuch die Bazooka zu looten und schieß in deren Gans rein Die muss weg, die Gun von denen Kann der Bronte die ganz tanken? Kann der Bronte die ganz tanken? Kann der Bronte die ganz tanken? So, die zweite Schildkröte geht jetzt gerade auch ein Wow, wo wird die denn gedroppt? Digga, was ist das für ein... Der ist direkt daneben Der ist direkt daneben Ist doch alles gut, die ist direkt daneben Die ist direkt daneben Die wird trotzdem drei Meter weiter gedroppt Ja, ist okay, ist okay, alles okay Ganz ruhig Ich bleib' jetzt hier stehen, ne, Babo? Ja, die, äh, die brauchen die Drecksnummer Wir haben noch 4 und 6 Kalife Alles eben Ich versuch, die Drecksreiter zu hucken Ich versuch, die Drecksreiter zu hucken, wenn ich sie sehe Hast du noch? Ich flieg' zurück und hol' meinen Adler, ne? Ich glaub, von links kommen Schüsse, pass auf, oder weißt du das, was du gesagt Siehst du denn noch Munition? Nein, nein, nein Siehst du den Rex von denen? Äh, die eine Gun funktioniert nur noch, oder? Ja, aber wir haben keine Munition mehr Oh nein Alter, Hani will jetzt nicht beim Admin sich ausweilen, ne? Doch, will der Die gehört sie nicht Haben die gesagt, oder was? Pssst, ist jetzt egal Hat eine, äh, fuck, ich hab keine Facke, ne? Ich versuch mal ein bisschen näher zu Aber ich seh halt nix, ich seh einfach nix Meine Wünschung hält nur noch einen Schuss aus Wer? Achtung, Bazooka, komm Ja, die schießen fast kaputt Die schießen auf die, auf die Turtle Wie geht's dem Bronto? Ich bin tot Wo geh' ich jetzt mit Leben aus? Der ist komplett noch Gut Okay Ich bezweifle, dass die auf den Bronto schießen Ich forcefeed den Quetzner nochmal hoch hier oben Ja Achtung, Petri Petri bei uns Ich move nochmal zur Base Dava, kannst du mal gucken, wie viel Munition oben ist? Der Petri ist langsamer als der Quetzner Was soll ich machen? Wie viel Munition oben ist, ähm In dem einen ist 340 Schuss, im anderen auch 360 Also die haben noch genug Schuss Die haben sich mit zwei Petries zurückgezogen Wir können nicht hinterher mit dem Perts Der ist so langsam Dann killt die T-Rex Wir müssen die dicken Dinos von den Kellen Ich seh halt leider nichts Ich muss anhand uns Ist ja auch nicht zufrieden Ist wieder hell, ist wieder hell Ich seh wieder gut was Können wir noch ein, zwei Brontos von unten holen Zum tanken Wir haben hier noch zwei 40k Brontos Relatorians ist hier Relatorians ist mit ihrem Monster hier Wer? Relatorians hilft uns Nein Schießt auf uns Ey die schießt nicht auf uns Schießt auf uns Schießt auf uns Was macht? Relatorians schießt auf uns Rally? Ja dann flieg mal da weg, flieg mal da weg Flieg gleich Zeitlin Fliegen uns hinterher Einer down Ein Carbon enemy ist down Wo ist mein Vogel? Okay jetzt wirds wieder hell Dann seh ich wieder was Oh nein Da oben ist der krasse von denen Könnt ihr die T-Rex holen? Ähm Achtung Brontos Die schießen auf euch oder? Welchen? Nein nein Auch schießt keiner auf uns Den Yoshi? Komm Yoshi Wir gehen mal raus Wir gehen spazieren Was kann denn der andere? Der hat auch Schaden Nicht die T-Rexe Die Brontos Das die 40k live haben Das war einfach Die sind zwar langsam Aber wir tanken einfach Die ganzen Turrets weg von denen Ja die haben Nicht viele von denen haben 4 Leben Hier der von Goodguy hat 4 Leben Der von Goodguy hat noch 4 Leben Die anderen haben nur unter 10k Dann nehme ich den von Goodguy mit Und merkt euch die Namen von den Clans Weil die werden als nächstes upgrade Der eine T-Rexe ist gleich noch ein T-Rexe Na was sollen sie Hey draußen steht doch Tank vom Dienst Der eine T-Rexe ist fast down Der hat nix mehr Der hat fast nix Macht ihr den down? Er ist tot Er ist tot Ja einer ist down Die helfen uns Die helfen uns Die helfen uns Ja dann ja Ja gut ich muss Da ich mal machst du Tür zu Ja wenn du dingst auch eben pfeifst Schaffst du den auf den Biber Der Biber muss sterben Leute Ihr müsst den Biber Weil der Biber saft die Sachen Ihr müsst den Biber bekommen Die haben den Biber von denen? Ja Der eine Biber verloren Ich habe den gerade auch Ja ich habe den gerade auch Ja ihr fickt gerade den Biber Ihr müsst den Biber ficken Wo ist der? Hinter der Base Du warst unten an der Base rum Warum hast du das beide gepfiffen mate? Oh fuck Wir kriegen zu viel Schaden grad Wir haben ein dritter Leben verloren Auf dem Brunto Ich versuch den Rex Ich versuch den Rex Ich versuch den Rex Du musst mir sagen Wenn du hingehst Weil die Covid schießt Pass auf Ich geh jetzt los Ich geh hinter die Base Dass die nicht abhauen können Weil ich Weil irgendwie kümmert sich keiner Um das die Die können alles safen Was wir verlieren Das geht halt nicht Lässt der Petri da oben Hinter euch Wir kommen grad mit den Bronze Smucker Die gehören zu uns Die da oben gehören zu uns Darf ich mal nehmen Den anderen Grund auch noch mit Ich schieße nach dir Ja ich schieße nach dir Ja pfeift den ein Okay den Den T-Rex den holen wir uns jetzt Hier unten Der ist genau unter uns Scheiße unsere Sachen Schießen halt auf die da oben Ja Wo ist unser Kampf Dingsbums? Der Quetzel musste sich zurückziehen Der hat keine Hunde mehr Wir wurden hart beschossen Alle Turrets sind unten Alle sind down Alle sind down Rack's tot Die Turrets sind alle weg unten Ja Okay okay dann let's go Lass sie auf keinen Fall entkommen Wir brauchen die Sachen Wir brauchen die Sachen Ich hab mein Hat irgendwer von euch mein Foto genommen? Die haben keine Turrets mehr hier unten Die haben keine Turrets mehr unten Alles weg Die haben wir gar nichts mehr Einer sitzt am Beaver Wo ist der Beaver? Das ist der Beaver Hier Gript ihn, gript ihn, gript ihn Mucker ich geh runter Ja ja Hab den Beaver von denen Hab den Beaver Boah der ist voll mit Der ist voll mit Loot Ja in die Base werfen Die Base Ich komme nicht weg Ich komme nicht weg Ich komme nicht weg Ich kann sie ihn killen Der wird beschossen Der stirbt gleich Wir killen den und ich loote den Der ist voll mit irgendeinem Loot Der hat alle unsere Loot Sachen Hab einen getötet Dann könnt ihr alle kommen 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 Ja das mit ihm kommen wird schwer Ich finde mein Vogel nicht mehr Nehm doch einfach mein Vogel Mein Wüte Wir haben da 100 Vögel Kann doch nicht sein Dass du wegen einem Vogel rumheulst Ne Das ist doch nicht wahr Als ob man jetzt irgendwie Als ob jemand dir deine Barbie Weggenommen hat Nein nein Aber wenn ich jetzt die Rootet alles und mit nichts dies wohnt Wenn Fortress also nehme Dann heult der rum Wenn er stirbt Ich heult gleich Wenn ich nochmal mit dir raiden muss Alter das geht gar nicht Da die Die Schicke liegt immer noch Ne Ich töte die Herr Mucker Unsere Schicke liegen auf deiner Luft Wollen wir die aufsammeln? Wir brauchen einen Vogel dafür Die Turtle lebt Ne 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 Da werden die wahrscheinlich das Meister reingetan haben Guck wie die leben Guck mal guck Was die tankt ey Ne Der schießt Der Der konnte schießen nur gegen die ähm Gegen die Luft Wie ist ja was Au Fuck die haben alles gesailed Sie hat Sie macht nichts mehr Ja in dem Ding wahrscheinlich Soll ich mal die Granaten holen und das Ding aufspringen Naja kannst du auch die Bazooka holen Ja ich geh Ist hier oben in der Base Denke ich mal ne Ich sammle grad die Koffer hier auf die was in der Luft sind Die steht da mit seinem Schwert und schlägt auf die Dingses ein Ja Die hält was aus Die hat Wie viel Leben hat die bitte Das Bazooka Habt ihr alles gesaved von den Leuten? Hab ich gesagt ich kann noch fliegen Die haben nichts mehr Warte mal haben die so viel gesaved oder ist das hier im Haus drinne? Das ist doch schlecht alles im Haus drinne Die haben gefehlt Ich geh grad Bazooka holen Die sind mit einem weggekommen Wir haben den Quetzeln in der Luft weggeballert Wir können mit dem Quetzeln weggeballert Wir können mit dem Quetzeln weggekommen sein Ja und was hab ich grad verpasst Habt ihr den Quetzel ge... Habt ihr den Quetzel ge... Also wir wurden angegriffen Von wem? Irgend so ein komischem IS-Plan Ich hab den... Oh die haben den Apprenticeship Rack-Sattel Wo seid ihr? Oben Allheil Mucca Allheil Mucca Allheil Mucca Aber die müssen ja... Die müssen das sie abgebaut haben Oder haben die die zerstört? Die... Die... Unsere? Oder deren? Deren Deren? Die haben wir zerstört Kann man die kaputt schießen? Jaja die kannst du schießen So Leute Also... Ich hab wieder tausend Schut Die... Ich hab'n... Hab'n Raketenweffer... Ne Leiche in unserer Base gefunden Ich komm' jetzt mal vorbei Und mach' da noch einen Alter wie viel... Hält diese Scheiß... Schillkühlt ist down Schillkühlt ist down Schillkühlt ist down Ja haben wir Ein Kampfquetzel Loot jetzt mal bitte die Säcke in der Luft Da sind zwei oder drei Säcke in der Luft Vor dem Gdonto Am Gdonto Am Gdonto Wo sind die Sachen hin? Alter Wo ist der Kriegsbronto? Wo ist die Base von denen? Jo Ist alles offen Mach mal grad die Metal Base auf Jo Ey die haben voll die komischen Items Noch nie gesehen Aber da... Geht mal alle von der Metal Base ein Stückchen weg Jo Geht von der Tür weg Mach die Tür auf ne Warte 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 Ok jetzt kannst du machen Jo Ich bring mal eben den Dings weg Den Bronto mit die anderen Ne ok ne Na doch bring den mal wieder in die Base Bring den Bronto wieder zurück Ja Wo seid ihr? Nehmen wir die anderen zwei auch mit bitte Haben alle Stacks aufgemacht So ich geh rein Ah hier liegt Zeug drinnen Ich hab meine Sachen wieder Alles gut Bitte sagen Wo ihr seid Hier sind oben bei der Maze Ich will daran nichts verstehen Erstmal Generator ausmachen Helfen beim Bad Boys Ja die haben alles noch Alle aufs Bett Das ist noch nicht Auch regeneriert das Bett so schnell Das Bett wird auch nichts denen bringen Ich bezweifle dass sie es vorhören Da sind zwei ineinander Marken Drei ineinander? Warte ich Ja geht mal gerade alle raus Das ist unser Quartz der da oben fliegt Geht mal gerade alle raus Ne das ist deren Das ist Sky Monster von Praetorions Aber die haben uns doch auch gerade angegriffen Ne die haben uns geholfen Die haben nicht gewusst dass wir das sind Waller nochmal Sie haben unseren Farmer getötet RIP RIP Das Problem Ich weiß nicht Ich hab damals World of Warcraft gespielt Da haben wir mit 40 Mann gerated Ja Da gab es jemand Der eine klarartige Ansage gemacht hat Fertig so ne Und Die anderen hören drauf Da gehen nicht alle dazwischen Aber die Sache ist Das waren auch alles erwachsene Leute Jetzt ist es so Wir spielen mit einer Kriegstrammel Wir dürfen die Kriegstrammel Oh! Wir dürfen die Kriegstrammel Boah Pucka Aber scheiß nicht so Mit etwas Jungen kann man nicht so nicht so spielen wie man sich das wünscht Wir gucken was wir hier alles haben Ich glaub ab hier aus Das waren noch unsere Sachen Ich lute mal eben alles zusammen Jaja das hier mit den ganzen Heelsachen und so Das haben wir hier zusammen geklaut Quetzplattform war drin Sattel ohne Ende Also Weiß nicht Schwert können wir nehmen War ganz okay War ganz okay War ganz okay Also Ich mein immerhin sind die nicht mal bis zur Base vorgedrungen Pack mal GPS rein Ziehen wir uns eben die besten Sachen an Pack den Rest wieder rein Dann geh ich gleich eh nach unten Crafter mir die ganzen Sachen nochmal neu Und den Helm Der Dafa Der Dafa muss das erstmal machen ne Gewonnen Kampf gewonnen Und gleich erstmal weg Und danke nochmal an Sabit Tschüss Der Dafa Der Dafa sagst mir die